Applaus Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Olli Grischer, Frau Verlinden, ich muss offen sagen, ich habe nicht geglaubt, dass solche Debatten noch im Deutschen Bundestag zum Thema Energiewende möglich sind. Da wird von Kontrarevolution gesprochen, Braunkohle, Braunkohle verstopft die Stromleitungen, Kernenergie natürlich auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grünen argumentieren an der Realität vorbei, meilenweit vorbei. Wir haben die letzten Jahre so viel gemacht, wie, der Minister hat es beschrieben, wie keine andere Bundesregierung zuvor. Wir sind heute bei 33 Prozent unserer Stromerzeugung, die aus erneuerbaren Energien kommt. Wir sind über das Ziel, das wir unspringend vorhatten, weit hinausgeschossen, haben mehr gemacht, als Sie noch vor zehn Jahren gefordert haben. Also jetzt zu behaupten, wir würden die Energiewende abwürgen, das Gegenteil ist der Fall, wir versuchen, sie vernünftig zu machen, wirtschaftlich zu machen, die Systeme zu integrieren, zu vernetzen und entsprechend da wieder auch Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit hineinzubekommen. Was mich am meisten aber stört bei den Debatten, die die Grünen jetzt angestoßen haben, ist, dass es keinen Versuch gibt, mal Vorschläge einzubringen, wie wir das EG weiterentwickeln sollen, wie wir auf die Herausforderungen der Zukunft eingehen sollen. Weil da kommt nichts von Ihnen, nur Debatten, die vor fünf Jahren schon da waren. Sie sind immer noch in der Welt der Markteintrittsinstrumente, der Markteintrittsinstrumente, das heißt, die erneuerbare Energien nicht marktfähig sind. Sie sind es aber. Sie können heute schon den Markt standhalten. Sie haben heute nicht mehr ein zartes Pflänzchen im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern wir haben heute schon einen starken Baum, der allerdings tragfähig sein muss und den wir jetzt auch in den Markt und in die Systeme integrieren müssen. Deshalb brauchen wir jetzt ein EG 2016, das auch die richtigen Stellschrauben entsprechend vornimmt. Dazu haben wir viele Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, vor. Eines der Themen, die wurden schon angesprochen, ist das Thema Netzausbau mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien zu integrieren. Da wurden schon Zahlen genannt, aber ich möchte noch einmal das Ganze etwas verdeutlichen. Wir haben 2009 mit dem ENLAC, mit dem ersten großen Leitungsausbauprogramm, 1.800 neue Leitungen beschlossen, die wir brauchen für die nächsten Jahre. Wir haben dann wenige zwei Jahre später gesagt mit dem Bundesbedarfsplan, dass wir noch einmal 6.200 Kilometer noch zusätzlich brauchen, um die erneuerbaren Energien, die wir die nächsten Jahre zubauen wollen, zu integrieren. Also 8.000 Kilometer neue Leitungen. Davon haben wir heute 700 Kilometer realisiert und wollen eigentlich in vier, fünf Jahren fertig sein. Das heißt, wir haben gerade mal 9 Prozent der Leitungen, die wir dringend brauchen, fertiggestellt. Ich will gar nicht diskutieren, woran das liegt. Das sind alles wieder auch die Scheindebatten, die wir da führen. Aber die Realität ist, dass wir nicht so vorankommen, wie wir das bräuchten. Die andere Seite ist, die ich gerade beschrieben habe. Wir sind eigentlich schon bei über 33 Prozent erneuerbaren Energien im Stromsektor und wollten eigentlich dieses Jahr erst bei 28 Prozent sein. Das heißt, wir haben eigentlich schon 120 Prozent übererfüllt. Das heißt, es passt nicht mehr zusammen. Die Netzausbauzahlen und die Ausbauzahlen im Bereich der Neuenbank gehen. Die müssen stärker zusammengebracht werden, sonst macht das ganze System keinen Sinn mehr. Und dann fragen es die Bürger zu Recht, ob das, was wir hier noch machen, überhaupt eine Zukunft hat. Wir brauchen jetzt einen wirtschaftlichen, technischen, besser abgestimmten Prozess. Das sagen übrigens auch Ihre Parteikollegen, der Herr Habeck aus Schleswig-Holstein, immerhin jemand, der ja bald Ihr Spitzenkandidat sein will, sagt am 20. Mai, wir müssen jetzt bei der Umsetzung, ich zitiere, der Energiewende das Tempo herausnehmen. Sagt Herr Habeck aus Schleswig-Holstein. Wer sieht vor Ort, wo die Probleme liegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen das Tempo nicht rausnehmen, sondern wollen in den nächsten Jahren das Tempo besser abstimmen und den ursprünglichen Korridor, den wir uns vorgenommen haben, besser einhalten, ausbauen. Ich glaube, dass wir es mit den Instrumenten auch entsprechend schaffen können. Wir müssen jetzt, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir schon als CDU-CSU schon lange gefordert haben, den Systemwechsel hin zu Ausschreibungen vornehmen. Das bedeutet, dass wir eine bessere Mengensteuerung haben werden. Das heißt, die Zubauraten werden verlässlicher für alle Seiten im Bereich der Stromversorgung. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir durch Markt und Wettbewerb nicht mehr im Deutschen Bundestag die Preise für erneuerbare Energien festsetzen, dass wir auf dem Markt die Preise festsetzen. Auch das ist etwas, was ganz, ganz wichtig sein wird. Und was in anderen Ländern im Übrigen gut funktioniert. Dänemark ist wesentlich weiter in diesem Bereich. Das zeigt, das funktioniert. Dort werden beispielsweise für Offshore-Windparks 10 Cent die Kilowattstunde gezahlt. Bei uns sind wir noch 15 Cent. Das heißt, dort haben wir diese Preissprünge schon realisiert und die Energiewende wesentlich effizienter gestaltet. Im Übrigen funktioniert die Ausschreibung auch in Deutschland. Wir haben extra ein Pilotprojekt gemacht hier in Deutschland über Solarfreiflächenanlagen. Auch hier hat es gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir auch die Akteursvielfalt entsprechend gewährleisten können. Das heißt, auch kleine Anbieter können mitmachen. Auch das war ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das auch dazu führt, dass die Energiewende auch etwas ist, was alle Bürger entsprechend dann auch mitnimmt. Zum Schluss noch mal ganz wichtig für mich, das EEG, das wir jetzt hier anpacken wollen, muss mehr Markt beinhalten, verlässlicher sein. Wir brauchen Planungssicherheit und muss auch wirtschaftlicher und günstiger damit werden. Die Ministerpräsidenten haben gestern Abend getagt. Ich kenne das Ergebnis im Detail noch nicht. Ich bin jetzt mal gespannt darauf. Wir wollen vor der Sommerpause noch fertig werden mit dem EEG. Das heißt, wir müssen uns jetzt sputen und anstrengen. Es gibt noch weitere Punkte, die noch wichtig sind. Eigenstrom, besondere Ausgleichsregeln sind zwei ganz große Bausteine, die noch wichtig sind für uns, auch in der Debatte dann in den nächsten drei Wochen. Das heißt, wir brauchen keine alten Grabenkämpfe, wie es die Grünen machen, sondern wir brauchen jetzt Verlässlichkeit auch in der Gesetzgebung. Und ich sage Ihnen nur eines, trauen Sie den erneuerbaren Energien etwas zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Ralf Lenkert von der Linken das Wort.